Und herzlich willkommen zur Rapshow. Flair, MC Boogie und Belaş, dieser Beef erreicht ungeahnte Höhen. Ich bin Mr.Rap, dranbleiben! Was haben eine Folge Rapshow und Zegplus Fitnessprodukte gemeinsam? Ganz genau beides ungestreckt und die perfekte Ergänzung für deinen Tag. Mit dem Code RAP10 gibt's auch noch 10% Rabatt, weil ich ein guter Mensch bin. Eieieieiei, Leute, für alle Konnoisseure des gepflegten Deutschrap-Beefs haben wir mal wirklich ne geile Story hier ausgepackt. Denn der Beef Flair, MC Boogie, hatte sich in der letzten Woche ja ein bisschen gedreht zu Flair vs. Belaş und hier ging es jetzt am Wochenende so richtig ab. Also Leute, holt euch Popcorn raus, aber bitte salzig, denn süß wird's hier ganz sicherlich nicht. Los ging es am Sonntag mit einer Instagram-Fragerunde von Belaş und beispielsweise der Frage, wie war Flair sein Ruf in der Jugend? Und der Antwort von Belaş reimt sich auf Klopfer. Also wohl Opfer. Nächste Frage, ausgesprochen mal mit Flair oder telefoniert? Und die Antwort von Belaş mit seinen Eiern telefoniert. Seit drei Tagen keine Ansagen mehr in unsere Richtung, denk dir deinen Teil. Oder auch, warum geht Flair, wenn er sich mit euch vergleicht, immer nur auf seine Klickzahlen ein? Antwort Belaş, nicht Klickzahlen, Erfolg. Aber nur gescheiterte Existenzen definieren Erfolg zu 100% über Materie. Gott weiß, ich würde nie mit dieser armen Wurst tauschen wollen. Nächste Frage, wäre es eine Möglichkeit, sich mit Flair wieder zu vertragen, alles zu bereden und so? Antwort Belaş, er hat genug geredet. Und nächste Frage, Flair redet, dass alle mit Rücken sind, aber lässt selber Leute anrufen? Und Antwort Belaş, war nie anders, kann nur nach unten treten, Rücken schützt vor Strafe nicht. Und natürlich gab es dann in Reaktion darauf auch eine Fragerunde von Flair, allerdings ging es dann erst einmal noch kurz um die 187-Straßenbande, 187. So wird Flair nämlich gefragt, warum er die 187-Straßenbande nicht einfach mal in Ruhe lasse und nicht einfach gönnen könne. Und Flair antwortete, er reagiere eigentlich immer nur auf Bones, um Jizzes und so weiter, gehe es bei diesem Beef gar nicht. Nächste Frage auch noch bezogen auf Bones, nämlich Bones hat eine goldene aus den Reggae-Charts, es gibt kein Battle, antwort Flair, fünf Lachsmailies und dann wissen wir auch, worauf sich diese Zeile von Flair auf Sternklare Nacht, von wegen Reggae-Charts, es gibt kein Battle, bezieht. Auf Bones. Und jetzt kommen wir aber auch zurück zum Thema, und zwar mit der Frage, seit drei Tagen keine Ansage gegen Belash oder Boogie, wieso? Und der Antwort von Flair, ich hatte ein Single-Release und hab ein Leben, die Eierköpfe sind out. Nächste Frage, warum hat Belash so eine Psychose wegen dir? Und die Antwort von Flair, möchte gern 36er, der nie im Leben was gerissen hat. Und weiter geht's mit der Frage, Belash meint, dass er mit deinen Eiern telefoniert hätte und du jetzt schweigen musst, stimmt das? Und der Antwort von Flair, er hat mit meinen Eiern geredet, sie im Mund gehabt und geblasen, der niemand. Leute, wir sind noch lange nicht am Ende, denn daraufhin gab's dann wieder eine Reaktion von Belash, diesmal in einer Instagram-Story ohne Fragerunde. Hier schrieb Belash nämlich zuerst, was dieser, hm hm hm, nicht weiß ist, ich hab das Gespräch mit seinen Eiern aufgenommen. Und weiter schrieb Belash an alle Fans von diesem Peach, die immer noch nicht wahrhaben wollen, was für ein Nichts dieser Typ ist. Nachdem ich das Gespräch online gestellt habe und sein Leben damit gehinkt habe, könnt ihr gern den wahren, breiten, tätowierten Gangster-Deutschen aus Süd-Berlin anhebeln. Sein Name ist MC Boogie, mir könnt ihr weiterhin einen wünschen. Diese Story wiederum wurde dann auch von MC Boogie gerepostet. Und daraufhin gab's dann wieder eine Reaktion von Flair, diesmal wieder Instagram-Fragerunde-Story-Basis. Und zwar wird Flair beispielsweise gefragt, warum ist Belash so ein verbitterter Loser und Neider? Ich würd sagen, in der Frage schwingt schon eine gewisse Tendenz zu Flair mit, aber naja, schauen wir uns die Antwort an, denn Flair antwortet, ein Möchtegern-Atomphysiker, der nur labert und noch nie irgendwas gemacht hat. Lachsmilies. Nächste Frage, Belash sagt, du hast Maulkorb bekommen. Und die Antwort von Flair, mit Hundeartikeln kennt er sich bestimmt aus. Lachsmilies. Weiter geht's mit der Frage, Panik vor dem angeblich aufgenommenen Telefonat von Belash. Und der Antwort von Flair, habe mit dem Penner seit dem Beef nie telefoniert, er hat die Aliens aufgenommen. Lachsmilies. Daraufhin gab's dann, ihr werdet es nicht glauben, wieder eine Reaktion von Belash, der nämlich schrieb, er habe nicht mit Flair telefoniert, sondern mit dessen Eiern. Flair selber sei seit vier Tagen nicht ans Telefon gegangen. Und weiterhin überraschend gab es darauf wieder eine Reaktion von Flair, der nämlich postete einen Screenshot von der Story von Belash und schrieb dazu, sechs Lachsmilies und außerdem richtiger Mock. Zwischenzeitlich postete Flair dann in seiner Telegram-Gruppe auch noch einen Link zu einem 2004 erschienenen Track mit Video von Belash, und zwar der Titel Fitness. Hier sieht man so Belash quasi im Fitness-Outfit so ein bisschen Sport und Dancen und so. Das alles war Sonntag, es geht allerdings noch weiter. Und zwar gestern Abend mit einem finalen Statement von Belash. Hier sagt Belash zunächst, dieses aufgenommene Telefonat werde doch nicht rauskommen. Er habe mit den Eiern von Flair telefoniert und habe eingesehen, dass das kein cooler Move wäre, das jetzt rauszubringen, weil man auf diesem Telefonat ja nicht Flair, sondern die Eier hören würde. Und die Eier würden halt gar nicht in der Öffentlichkeit stehen. Was laut Belash wichtig sei, Flair verhalte sich mal wieder wie die Leute, die Flair in der Öffentlichkeit anprangere, wenn er sage, Deutschrap sei so peinlich, weil es ja nur noch um Rücken gehe. Flair selber sei hierfür allerdings das Paradebeispiel. Flair habe immer eine große Fresse und sei herablassend zu Leuten und denke, er würde damit durchkommen und würde damit tatsächlich in den meisten Fällen sogar durchkommen. Belash wiederholt dann noch einmal, dass er lange versucht habe, Flair persönlich ans Telefon zu bekommen, allerdings ohne Erfolg. Weiter sagt Belash, er habe von zahlreichen Leuten die Adresse oder auch Kennzeichen von Flair geschickt bekommen, allerdings habe er es eh schon gehabt und er ist auch nicht so der Typ, der sich jetzt vor Flairs Haustür setzen würde, um da warten und Zelt aufschlagen und ihn dann irgendwie hauen wollen. Und zum Thema von wegen angeblich Flair erfolgreich und Belash nicht, sagt Belash weiter, für ihn sei Erfolg, wie gesagt, nicht Materie, sondern Familie, Freunde und eine Hood, in welcher er beliebt sei. Das alles habe er, im Gegensatz zu Flair. Zwischenzeitlich in diesem Statement lädt Belash Flair dann noch zum Latte Macchiato-Trinken ein. Ich glaube, da soll dann kein Latte Macchiato getrunken werden. Meine Theorie. Und zum Schluss nennt Belash Flair noch einen Bluff und zählt nochmal auf, wie das ganze Ding jetzt eigentlich angefangen hat. Sagt nämlich zuerst, habe es eine Respektlosigkeit von Flair beim dritten gemeinsamen Podcast gegeben, auch hier habe Flair wieder von oben herab geredet. Als zweites habe Flair nach dem PA Sports 100% Real Talk Podcast, wo PA Sports sich auch ein wenig negativ zu Flair geäußert hatte, danach habe Flair bei Belash angerufen und sich darüber beschwert. Und drittens und letztens habe Flair über Boogie gelästert, denn Flair habe eine Psychose darauf, dass alle immer sagen würden, Boogie sei der Typ mit Gangstererfahrung und Flair nicht. Zum Abschluss sagt Belash dann noch einmal quasi die Worte, die auch schon MC Boogie gesagt hat, halt den Ball flach, du bist vogelfrei. Und Leute, habt ihr schon genug? Nein, natürlich nicht, denn es gibt noch eine Fragerunde von Flair. Beispielsweise mit der Frage Meinung zum Belash-Statement und der Antwort fünf Lachsmileys. Auch wird Flair gefragt, warum er sich denn nicht mal mit Onkel B treffe und Flair antwortet, man wird sich bestimmt mal treffen, Lachsmileys. Oder auch der Frage, ob Rap-Beef nicht uncool und out sei, wo ich persönlich auf jeden Fall vehement widersprechen muss. Flair allerdings nicht, denn Flair sagt voll, das seien die letzten Penner, die den Film noch versuchen. Weiter geht's mit der Frage nach der Behauptung von Belash. Von wegen Belash sagt, du bist vogelfrei und Flair antwortet, der Pimmelkopf drei Lachsmileys. Und zuletzt postet Flair dann noch, wie bereits auf Telegram, einen kleinen Ausschnitt aus dem Belash-Fitness-Musik-Video und schreibt dazu ha-ha-ha. Dazu dann noch ein Screenshot, ebenfalls aus dem Video und der Überschrift Tamm-Stabil. Zwischenzeitlich wird's dann doch noch ein bisschen ernster, wenn nämlich Flair gefragt wird, warum er nicht seinen Beef selber kläre, sondern seine Eier anrufen lasse. Und Flair sagt, erstens sei das für ihn kein Beef, sondern nur Internet-Kindergarten. Zweitens habe Boogie zuerst Beko angerufen. Drittens sei Beko nicht sein Rücken, sondern er sei sein Rücken. Und viertens, nichts sei geklärt mit den Vögeln. Die abschließende Frage an Flair lautete dann, warum er denn nicht gegen Boogie kämpfe. Wie an uns, Boogie hatte ja Flair zum Kampf herausgefordert. Und Flair antwortet, erst wenn Connor gegen mich kämpft. Und ganz zum Schluss gibt's dann noch eine Instagram-Story von MC Boogie, in welcher dieser auf die Instagram-Story-Ansage von Belash an Flair hinweist. Und Boogie sagt hierzu, mehr gäbe es über diesen Hund nicht zu reden. Alles in allem kann man sagen, Aieieieiei! Leute, von daher schreibt mir doch mal eure Aieieieieis in die Kommentare. Wer schafft am meisten? Denn ansonsten, das war's von mir. Abonnier und aktivier die Glocke. Tschüssi! Na bitte reingehauen, was ist Teugeld, Alter! Ich schwör! Malczuja! Frage! Vielen Dank.